Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kreuthof Verlag, Kapitel 24, Das Ziel der Besonderheit, Nummer 6, Die Erlösung von der Angst, Seite 513 bis 516. Vor Deines Bruders Heiligkeit schweigt die Welt still, und Friede senkt sich auf sie nieder, in Sanftmut und in Segen, die so vollständig sind, dass keine einzige Spur von Konflikt mehr bleibt, um Dich heimzusuchen in der Finsternis der Nacht. Er ist Dein Erlöser aus den Träumen der Angst. Er ist die Heilung Deiner Opfer und Angstgefühle, dass das, was Du hast, sich im Wind zerstreuen und zu Staub zerfallen wird. In ihm liegt die Versicherung für Dich, dass Gott hier und jetzt bei Dir ist. Solange er das ist, was er ist, kannst Du sicher sein, dass Gott erkennbar ist und von Dir erkannt werden wird. Denn er könnte niemals seine eigene Schöpfung verlassen. Und das Zeichen dafür, dass dem so ist, liegt in Deinem Bruder und wird Dir angeboten, damit alle Deine Selbstzweifel vor seiner Heiligkeit verschwinden mögen. Siehe Gottes Schöpfung in ihm, denn in ihm wartet sein Vater auf Deine Anerkennung, dass er Dich als Teil von sich erschuf. Ohne Dich würde es ein Mangel in Gott, einen unvollständigen Himmel, einen Sohn ohne Vater geben. Es könnte kein Universum geben und keine Wirklichkeit, denn was Gott will, ist ganz und Teil von ihm, weil sein Wille eins ist. Es gibt nichts Lebendes, das nicht Teil von ihm ist und es gibt nichts, was nicht in ihm lebt. Die Heiligkeit Deines Bruders zeigt Dir, dass Gott eins mit ihm ist und mit Dir und dass das, was er hat, Dein ist, weil Du weder von ihm getrennt bist, noch von seinem Vater. Nichts im ganzen Universum ist für Dich verloren. Nichts, was Gott erschaffen hat, hat er versäumt, liebevoll vor Dich hinzulegen als ewig Dein. Und kein Gedanke in seinem Geist fehlt in Deinem eigenen. Es ist sein Wille, dass Du seine Liebe zu Dir teilst und so liebevoll auf Dich schaust, wie er sich Dich vor Anbeginn der Welt gedacht hat und wie er Dich noch immer kennt. Gott ändert nicht sein Denken über seinen Sohn um eines vorübergehenden Umstandes willen, der in der Ewigkeit, in der er weilt und Du mit ihm keine Bedeutung hat. Dein Bruder ist, wie er ihn schuf. Und genau das ist es, was Dich von einer Welt erlöst, die er nicht schuf. Vergiss nicht, dass die Heilung des Gottessohnes das Einzige ist, wozu die Welt dient. Das ist der einzige Zweck, den der Heilige Geist in ihr sieht und somit der einzige, den sie hat. Solange Du die Heilung des Sohnes nicht als das Einzige ansiehst, von dem Du möchtest, dass es durch die Welt, die Zeit und alle Erscheinungen vollbracht werde, wirst Du weder den Vater noch Dich selbst erkennen. Denn Du wirst die Welt für das verwenden, was nicht ihr Zweck ist, und wirst ihren Gesetzen der Gewalt sowie des Todes nicht entrinnen. Doch ist es Dir gegeben, in jeder Hinsicht jenseits ihrer Gesetze zu stehen, auf jede Weise und in jedem Umstand, in jeder Versuchung, das wahrzunehmen, was nicht da ist, und in jeder Überzeugung, der Sohn Gottes könne Schmerz erleiden, weil er sich so sieht, wie er nicht ist. Schau auf Deinen Bruder und erblicke die völlige Umkehrung der Gesetze in ihm, die über diese Welt zu herrschen scheinen. Sieh Deine Freiheit in der Seinen, denn so ist es. Lass seine Besonderheit die Wahrheit in ihm nicht verschleiern, denn keinem einzigen Gesetz des Todes, an welches Du ihn bindest, wirst Du entrinnen. Und es gibt keine einzige Sünde, die Du in ihm siehst, die Euch nicht beide in der Hölle hält. Doch seine vollkommene Sündenlosigkeit wird Euch beide befreien, denn die Heiligkeit ist völlig unparteiisch und hat ein einziges Urteil für alle, auf die sie schaut, gefällt. Und dieses wird nicht aus sich gefällt, sondern durch die Stimme, die für Gott in allem spricht, was lebt und was sein Sein teilt. Seine Sündenlosigkeit ist es, auf welche Augen die Sehnen schauen können. Seine Lieblichkeit ist es, die sie in allem sehen. Und er ist es, nachdem sie überall Ausschau halten. Und sie finden weder einen Anblick, noch Ort, noch Zeit, wo er nicht ist. In Deines Bruders Heiligkeit, dem vollkommenen Rahmen für Deine und der Welterlösung, ist die leuchtende Erinnerung an ihn gelegt, in dem Dein Bruder lebt und Du mit ihm gemeinsam. Lass Deine Augen nicht vom Schleier der Besonderheit geblendet werden. Der Christ, die Antlitz, vor ihm und auch vor Dir versteckt. Und lass die Angst vor Gott, die Schau, die Du erblicken solltest, Dir nicht länger vorenthalten. Der Körper Deines Bruders zeigt Dir nicht Christus. Er wird in seiner Heiligkeit gezeigt. So wählst Du denn seinen Körper oder seine Heiligkeit als das, was Du sehen willst. Und das, was Du wählst, wird zu schauen Dir gegeben sein. Doch wirst Du wählen in unzähligen Situationen und über eine Zeit hinweg, die kein Ende zu haben scheint, bis die Wahrheit Deine Entscheidung ist. Denn die Ewigkeit wird nicht dadurch wiedergewonnen, dass Christus noch ein weiteres Mal in ihm verleugnet wird. Und wo ist Deine Erlösung, wenn er nur ein Körper ist? Wo ist Dein Frieden, wenn nicht in seiner Heiligkeit? Und wo ist Gott selbst, wenn nicht in jenem Teil von ihm, den er für immer in Deines Bruders Heiligkeit gesetzt hat, damit Du die Wahrheit über Dich sehen mögest, endlich auf eine Weise dargetan, die Du wiedererkannt und verstanden hast. Des Bruders Heiligkeit ist Sakrament für Dich und Segnung. Seine Irrtümer können weder ihm den Segen Gottes vorenthalten, noch Dir, der Du ihn wahrheitsgemäß siehst. Seine Fehler können eine Verzögerung verursachen, die ihm zu nehmen, Dir gegeben ist, damit Ihr beide eine Reise beenden möget, die nie begonnen hat und die kein Ende braucht. Was niemals wahr, das ist kein Teil von Dir. Hingegen wirst Du denken, dass es einer sei, bis es Dir klar wird, dass es kein Teil von ihm ist, der neben Dir steht. Er ist der Spiegel Deiner selbst, in welchem Du das Urteil siehst, das Du Euch beiden auferlegt hast. Der Christus in Dir erblickt seine Heiligkeit. Deine Besonderheit schaut auf seinen Körper und erblickt ihn nicht. Sieh ihn als das, was er ist, damit Deine Befreiung nicht lange auf sich warten lassen möge. Ein sinnloses Umherirren ohne Sinn und Zweck und ohne irgendwas zu erreichen ist alles, was die andere Wahl Dir anbieten kann. Die Vergeblichkeit einer unerfüllten Funktion wird Dich heimsuchen, während Dein Bruder schlafend darlegt, bis das, was Dir aufgetragen wurde, getan und er von der Vergangenheit erstanden ist. Er, der sich selbst verurteilt hat und auch Dich ist Dir gegeben, damit Du ihn mit Dir gemeinsam aus der Verurteilung erlösest. Und beides sollt Ihr Gottes Herrlichkeit in seinem Sohn sehen, den Ihr fälschlich für Fleisch und an Gesetze gebunden hieltet, die überhaupt keine Macht über ihn haben. Möchtest Du nicht froh Dir klar darüber werden, dass diese Gesetze nicht für Dich sind? Dann sieh ihn nicht als ihren Gefangenen an. Es kann nicht sein, dass das, was über einen Teil von Gott herrscht, nicht auch für alles andere gilt. Du unterstellst Dich den Gesetzen, die Du als die ansiehst, die ihn beherrschen. Bedenke also, wie groß die Liebe Gottes zu Dir sein muss, dass er Dir einen Teil von sich gegeben hat, um ihn von Schmerzen zu befreien und Dir Glück zu geben. Und zweifle nie daran, dass Deine Besonderheit verschwinden wird vor Gottes Willen, der jeden Teil von sich mit derselben Liebe und Fürsorge liebt. Der Christus in Dir kann Deinem Bruder wahrheitsgemäß sehen, Willst Du Dich gegen die Heiligkeit entscheiden, die er sieht? Besonderheit ist die Funktion, die Du Dir selbst gegeben hast. Sie steht für Dich allein als jemand, den Du selbst erschaffen hast und der sich selbst erhält, der nichts braucht und der mit nichts jenseits des Körpers verbunden ist. In ihren Augen bist Du ein separates Universum mit aller Macht, sich in sich selbst vollständig zu erhalten, mit sämtlichen Eingängen gegen jedes Eindringen verschlossen und allen Fenstern vor dem Licht versperrt. Stets angegriffen, immer wütend und mit stets vollauf gerechtfertigtem Zorn hast Du dieses Ziel mit einer Wachsamkeit verfolgt, die Du nie aufzugeben und mit einer Mühe, die Du nie einzustellen dachtest. Und diese ganze finstere Entschlossenheit war dafür da. Du wolltest, dass Besonderheit die Wahrheit sei. Nun wirst Du bloß gebeten, dass Du ein anderes Ziel mit viel geringerer Wachsamkeit verfolgst, mit wenig Mühe und mit wenig Zeit und mit Gottes Macht, die es aufrechterhält und die Erfolg verheißt. Doch von den beiden ist es dieses, das Du schwieriger findest. Das Opfer des Selbst verstehst Du und erachtest diesen Preis nicht als so hoch. Doch eine winzige Bereitwilligkeit, ein Nicken hin zu Gott, ein Grüßen des Christus in Dir empfindest Du als eine mühevolle Bürde, lästig und zu schwer zu tragen. Indessen wird für die Hingabe an die Wahrheit, wie sie Gott begründet hat, kein Opfer verlangt und zu keiner Anstrengung aufgerufen. Und die ganze Macht des Himmels und die Gewalt der Wahrheit selbst werden gegeben, um Dir Mittel zur Verfügung zu stellen und das Erreichen des Zieles zu verbürgen. Du, der Du glaubst, es sei leichter, den Körper Deines Bruders als seine Heiligkeit zu sehen, vergewissere Dich, dass Du verstehst, was dieses Urteil fällte. Hier ist die Stimme der Besonderheit deutlich zu hören, die gegen den Christus urteilt und für Dich darlegt, welches Ziel Du erreichen kannst und was Du nicht tun kannst. Vergiss nicht, dass dies Urteil sich auf das beziehen muss, was Du mit ihr als Deinem Verbündeten tust. Denn das, was Du durch Christus tust, das weiß sie nicht. Für ihn macht dieses Urteil überhaupt keinen Sinn. Denn nur das, was sein Vater will, ist möglich und es gibt keine andere Möglichkeit, die er sieht. Aus seiner Konfliktlosigkeit kommt Dein Frieden und aus seinem Ziel kommen die Mittel zum mühelosen Erreichen und zur Ruhe. von dem von dem Vielen Dank.